So, weiter geht's mit Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter und wollen natürlich weiter an der Höhle nicht suchen. Tschüss. So, jetzt gehen wir weiter. Wir müssen jetzt eh erst mal. Ja, ja, gut, okay. Der Punkt ist hier. Tschüss. Ich muss jetzt erst mal weiter hier. Kein Bock hat es mich mit irgendwelchen Leuten anzulegen. So, nächster Punkt. So, jetzt haben wir den schon mal freigeschaltet. Gut, jetzt können wir theoretisch ja, das war wieder raus aus der Höhle. Wenn ich dann darf. Jetzt geht's hoffentlich ein bisschen weiter mit der... Ich muss jetzt gerade gucken, wo sie sind. Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. So, das Verrat. Jetzt haben wir zumindest den Vorteil, dass... Ah, jetzt sind wir einmal durch die Höhle durch. Jetzt kommen wir auch wenigstens ein bisschen weiter. Ich hoffe, dass ich jetzt weiter kann. Schloss Poseidon, ich will jetzt mal nur nach und nach diese, diese, diese letzten... So, jetzt weiter geht's. Das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte hier, eine ganz andere Welt hier oben. Aber es sieht so aus, als wäre es... Wow, hier sind wir fein ohne Hände, ne? Nicht der beste Ort, so ganz ohne Begleitung. Ja, 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 das ist aber jetzt nicht unbedingt wichtig. Weiter. Ich werde mir auch jetzt nicht angucken, welche Level die sind. Also wir sind 26. Ja, falls das hier irgendwie ein bisschen im Hintergrund rausschlägt daran, dass ich... will meinen Ventilator anab. Es ist pottenwarm heute. So lange nicht 30 Grad und deswegen sage ich hier entspannt. So, nächster Punkt. Jetzt komme ich kurz noch ein bisschen weiter, so nah und nach. Jetzt nehmen wir uns mal den hier mit vor. Wenn ich da darf, wie gesagt. Ich will die zwei jetzt hier mitnehmen. Und dann hole ich mir den Rest, der hier unten noch liegt. Ich mache mal hier gerade die Flutter. Die sind gerade viel zu viel auf der Feinde für mich. Meiner Meinung nach. Frage, das ist wahrscheinlich wieder alles in der Höhle, wa? Natürlich. Jetzt muss ich gerade gucken, wo ich hier hin muss. Die sind wahrscheinlich jetzt alle schön in der Höhle. Ich will jetzt hier keinen... Also wenn ich irgendwo nicht drüber hinweg darf, dann sind das Höhlen. Da sind die Dinger in den Höhlen. Oder? Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, ich durfte nur die Abkürzung nicht nehmen. Oder sind das doch Feinde? Ja, das ist so aus, als wäre die tatsächlich... Nee, die wäre nicht schon eine Höhle. Die haben wir ja hier draußen. Aber das ist mir gerade diese Beschäftigung jeweils ja der mit 30. Ja? Ne? Kleines Mond, halt. Ich bin zuhause. Höhlerei. Wir sind sogar schon mittlerweile... Haben wir sogar schon die Höhle, der Höhle ist, oder? ja ja das ist diese höhle die wir hatten hier möchte ich erst mal nicht jetzt machen sie habe ich heute beim kampf sind hat mit dem kampf sind glaube ich dass man geht das nicht nächste höhle links ist hier hoch da ist auch die nächste mission da wäre ein altar sogar hier ist einer der altäre die professor schaar erwähnt hat ich muss jetzt ist denn da lang sondern gehen wir mal da rein wie gesagt ich hoffe ich hoffe dass ich die feindpräsenz hier so ein bisschen in grenzen hätte ich glaube wir sollten ja nicht sein das ist meine meinung nach das ist überhaupt der punkt den ich haben wollte ja und den machen wir noch dann machen wir einen kleinen break und dann geht es weiter mit den nächsten also ja ich weiß nicht was alle weg ich will es aber eigentlich gerne einmal haben dann haben wir nämlich einmal durch dann haben wir nämlich alles durch wir sind zwar voll mitten in der mission beziehungsweise eigentlich eine eigentliche mission aber irgendwie der nächste punkt wäre hier vorne 26 ich habe ich mal gerade heraus aus der nummer ja vielleicht ich kann sie sich tatsächlich so ein bisschen warte mal muss ich sagen hier so hat man sonst hat ja wir sind gar nicht in den ecken wo wir eigentlich nicht sein dürfen so die sind schon mal raus aus der nummer und die nächste flamme ist hierhin der turm so so haben wir die nächsten fünfe direkt hintereinander weg kann ich daran die küstenmine dann machen wir mal rüber zur küstenmine damit ich hier nicht noch mal rein muss was ich hoffe dass die nur draußen sind ich will weg das glaube ich aber gut das sind die dann passen die gegner und also wenn die gegner angepasst also ich hatte mal gelesen den endpost kriegen wir mit level 4 könnten mit level 25 bekommen wir sind 26 wir nehmen natürlich alles mit was an was an level geht so ich raten ist es hier unten in dem haus ja ne ich habe mal im haus hier ja halber oder warum wir im see naja ja klar jeder punkt den wir jetzt mitnehmen hilft uns zu der geschichte voranzukommen dann hätten wir glaube ich so fast alle gut heute nächsten holen wir uns an den der nächsten episode und dann